Na dann, Astotzka scheint einen zweifelhaften Ruf zu bekommen. Angeblich ein sicherer Hafen für Verbrecher. Und in den anderen Schlagzeilen steht auch, dass irgendein Geheimnisverräter kein Asyl bekommt. Das heißt, der wird vielleicht bei mir auf vor der Tür stehen. Wahrscheinlich bedeutet das noch mehr Papierkram. Yay. Naja, was ist das Schlimmste, was passiert? Ach, der ganze Scheiß, den ich jetzt liegen habe. Die Astotzka-Arsbomben, hm. So, äh, Inspektor, das Ministerium für Justiz hat uns um Unterstützung ersucht. In den Depeschen des Tages werden ab sofort die drei meistgesuchten internationalen Kriminellen aufgeführt. Vergleichen Sie die dort angeführten Porträts mit allen Einreisenden und lassen Sie alle Verdächtigen umgehend festsetzen. Es lebe Astotzka. Äh, okay. Das sind meine gesuchten Kriminellen. Ich halte aufschauen. Na dann. Beginnen wir. Ey, mal sehen, wie ich es so gefunden habe. Immer wenn irgendwas Neues... Oh, lassen Sie mich durch, sonst werden Sie das bereuen. Da kriege ich aber Angst. Ähm. Ja, da habe ich natürlich Glück gehabt, dass sie sofort hier auftaucht, aber... Meistens ist das immer so, dass wenn irgendwas Neues gemacht wird, dass immer schon ein Paradebeispiel erst mal auf der Schwelle steht. Ähm. Ist auf der Durchreise für zwei Wochen, stimmt. Und das hier stimmt nicht. Ab in den Knast. Ne, das ist nicht gültig. Lass nicht die Seife fallen, Kumpel. Und tschüss. Lass nicht die Seife fallen, Kumpel. Lass nicht die Seife fallen, Kumpel. Nächster. Lass uns echt abgefuckt sein, weil man da in der Schlange steht und man sieht nur, wie reinweise Leute rausgeführt werden. Weil sie Verwandte besuchen. Einfach ein paar Monate. Stimmt. Stimmt auch. Stimmt. Ähm. Das scheint auch... Sind die Jahre kennenlernen? Ah, okay. Ähm. Und das Ding ist auch nicht abgelaufen. Gut. Das sieht alles in Ordnung aus. Das Ding ist auch nicht gefälscht. Okay. Ja, kein Ärger. Ich überlege gerade, wenn ich den Pass schon abgestemmelt und wiedergegeben habe und dann irgendwas bemerke. Was mache ich dann? Oh ja, ich gebe ihm noch so eine schöne Karte. Ähm. Wie lange sagt er, dass er hier bleibt? Ähm. Arbeit für zwei Monate. Richtig. Okay. Ähm. James Kronowski stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt auch. Nicht auf der Fahndungsliste. Das sieht gut aus. Willkommen in diesem großartigen, großartigen Land. Das langsam von Kriminalität und Terrorismus zerrötet wird. Immer noch großartig. Es lebe, Astotzka. Ah, noch hier mit dem Arbeitspass. Yeah. Einige Monate. Ist schon mal okay. Ähm. Mal sehen, Baugewerbe. Stimmt. Stimmt auch. Ist auch noch gültig. In Ordnung. In Ordnung. Auch in Ordnung. Das sieht alles gut aus. Willkommen im Land. Immer schön racken. Die sieht nach einer gesuchten Kriminellen aus. Sie hätten nicht hierher kommen sollen. Das war schon erfolgreich. Zwei von drei. Läuft doch. Das ist mal Dienst nach Vorschrift. Scheiße. Kleine Fehler von mir. Bitte geben Sie mir meine Pappe. Der hat mir ernsthaft zwei Pässe gegeben. Ja. Ja, Kumpel. Das funktioniert nicht. Hau ab. Beziehungsweise ab in den Knast. Der hat mir ernsthaft zwei gefälschte Pässe vorgelegt. Gleichzeitig. Was für ein Vollidiot. Ah, der Päs fehlt. Ich kann nur diesem ganzen Scheiß nicht mehr meinen Tisch markieren. Na bitte. Was ist denn ein Pass? Ah, ein Pass ist das Ding, das du brauchst, um in dieses verdammte Land zu kommen. Ja, ich meine dieses wundervolle Land. Ach. Meine Fresse. Einwandern. Ähm, einwandern. Stimmt. Auch in Ordnung. Das scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Okay, gut. First Dotskant in Ordnung. Oh, scheiße, hab ich gerade ein Agenten durchgelassen. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Foto passt nicht. Das hat doch... Ah, scheiße. Jetzt denken die Typen von Isig, dass ich auf der Entseite bin. Nein. Ich bin einfach nur schlecht im Dienst nach Fortschrift. Ah, so eine. Scheiße. Ah, ja, Transitverkehr ist in Ordnung. Das ist nicht so in Ordnung. Was im Pass steht ist richtig. Was ist das immer für eine Antwort? Übergewicht. 12. Ansonsten ist es hier in Ordnung. Mal sehen. Ja, das geht nicht, klar. Ist ein Fehler im Pass. Warten Sie kurz. Ich mag den Wachtrupp. Freundlicher Typ. Da fehlt die Einreise-Genehmigung. Brauche ich sowas? Ja? Ja, sie brauchen sowas. Deine Scheiße. So, weg damit. Meine Fresse. Ich habe einen von den Agenten durchgelassen. Scheiße. Wetten, morgen steht irgendwas in der Zeitung, dass einer von denen umgebracht wurde. Wetten. Und das Gewicht passt nicht. Warum Warum kommt jeder, der einen Ausweis hat, mit irgendeiner Schmuggelware an? Was soll denn der Scheiß? Das ist aber in Ordnung. Ja, das... Das ist ein bisschen illegal. Das ist ein Fehler, dass sie hergekommen sind. Schön. Und ich habe noch eine von den Visitenkarten. Auch schön. Der Name ist schon mal falsch. Der Lass scheint aber ganz in Ordnung zu sein. Jokostadt stimmt. Okay, er hat zwei Namen und die Fingerabdrücke sehen auch ziemlich ähnlich aus. Ja. Dann ist damit alles in Ordnung. Gut. Ach, ich lasse aber noch dieses Piepen. Das war keiner von denen, oder? Nein. Oh, verdammt. Ich hätte Isik nicht helfen dürfen. Und ich sollte überlegen, ob ich in Klasse 7 umziehe. Aber ich glaube, dafür brauche ich eher noch ein bisschen mehr Geld. Ja, ich warte noch. Na, dann hau ich mich mal aufs Ohr. Minister für Finanzen vermisst. Oh, ja. Das, das, das wäre noch ein Problem. So eine Scheiße. Na, dann bis demnächst. Ja, ich salite imеннойen SOL-kunst. Ja, ich hoffe, das ist ja auch. Und das ist gut. Und hier lä fuego Goku. Untertitelung des ZDF, 2020